orange will angreifen zuerst und dann wird gelb angreifen und das wird nicht schön zum hokum zum hokum zum hokum Ich könnte nicht mal irgendwas benötigen, oder? Ich glaube nicht. So. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Wir sind der zweitgrößte Herrscher. Die europäischen Bogenschütten kann man echt vergessen. Klar, im normalen Stronghold ist man froh, wenn man die hat, aber in dem hier am Arsch. Ich werde euch töten, euch und eure Männer. Ich werde euch töten. Aber wenn er das so macht, hätte ich nicht gedacht, dass er die dann direkt vor meine Haustür stellen wird. Ich höre die Baumeister. Sehr gut. Ich glaube, die Bogenschütze sind all tot. Oh, okay. Aber sie haben schon mal keine nervigen Belagerungswaffen. Das ist gut. Lass die Pfeile regnen. Bringt den Tod auf sie. Lass den Tod auf sie ja niederregnen, oder irgendwie so. Irgendein Bedeutungsslanger versetzt, wie sie immer im Film gemacht wird, denn da reden Leute nicht normal. Da ist jeder Satz wichtig. so ziemlich. Ziemlich. Ja. Ja, wie sich Apple. Soll ja, scheiße. Nicht bestellt. Und dann ist es auf euch zu werden. Und dann ist das auf euch zu werden. Das ist super. so das war es doch ganz gut oder haben wir überhaupt was verloren eine nachricht vom wolf vielleicht irgendwer diese bestembeule vom hals schaffen man nicht so viele wie ich erhofft hatte ja geschickt hat ich gebe meinen leuten die schatzkammer ein erträglicher verlust der erste angriff erfolgt übrigens von allen gleich weil alle die gleichen voraussetzungen haben die anderen angriffe variieren dann danach nach den rohstoffen die sie haben weil sie brauchen unterschiedlich lang bis dann ihre armee sagen wir mal real organisiert haben wenn ich mir aber zu lange dauert werde ich ihn auch so angreifen würde mich freuen wenn er einen angriff macht ich habe das auch viele schwertkämpfer getötet glaube ich wirklich viele so am besten wir bilden jetzt gleich mal truppen aus wird das geld sein billiger als weniger gibt klar es bringt nicht viel aber ein bisschen was bringt schon so ist das geld alle unsere schatzkammer lehrt sich schon okay ein wirklich gerechtes steuersystem ich warte ich war wirklich den angriff und gelben dann geht es los wenn die gelb dann in den arsch getreten haben dann kann man angreifen ich bin mal gespannt was mich an der nächsten mission dann erwartet bei dir ist bloß eine frage der zeit man merkt ja schon wir werden immer stärker ihr seid der größte herrscher wir sind auch schon der größte herrscher es werden rekruten benötigt sein das volk liebt euch mal dort klar sie ziehen immer mal wieder einzeln raus aber mit der zeit will die gruppe doch aus und dann jetzt facken wir die eigenen gebäude ab weil wir so toll sind Warte mal kurz, bis es ausgebrannt ist, nicht, dass meine Leute einen Schaden kriegen. Würde Gabe jetzt endlich mal angreifen. Wenn das so lange dauert, dann würde mich Orangen noch mal vorher angreifen. Allerdings werde ich dann mehr Truppen sammeln. Andererseits dauert der Kampf dann umso länger. Gut, lass sie einzeln kommen. Habe ich auch nichts dagegen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, ja, ja. Ich erzähle euch mal was aus meinem Leben so, um die Zeit zu verkürzen. Es werden Rekruten benötigt sein. Wenn ihr die Folge seht, dann müssten schon die Handwerker bei uns sein. Ich reiße es nur ab. Ich habe die ganze Wohnung jetzt renoviert, außer Küche und Bad. Und ehrlich gesagt, das lasse ich jetzt von Handwerkern machen. Ja, lass ich mal die Finger davon. Weil ich möchte auch mal was richtig haben. Klar, meins. Die Sachen, die ich gemacht habe, sehen auch toll aus, aber... Küche wird noch ein bisschen dauern. Nein, aber... Gestern kam... Let's dance. Äh... Ja. Mittlerweile kann ich... Habe ich auch schon ein bisschen Tanzerfahrung und ich kann einschätzen, wie andere Leute tanzen. Und... Da ist tatsächlich ein Paar rausgeflogen, was gut getanzt... Die haben richtig gut getanzt. Das war ein super Tango. So. Und... Dringebluten ist ein Paar, was in echt schlechten langsam Walzer getanzt hat. Da frage ich mich, also, was soll das? Es geht darum, gut zu tanzen und dann fliegt man mit einer guten, wirklich guten Leistung raus. Während ein anderer mit einer schlechten Leistung weiterkommt. Das ist doch totaler Blödsinn. Fand ich nicht in Ordnung. Wir müssen hier denken. Ganz schnell, was heute ist. Jetzt können wir hier machen... Ich bin hier nicht in Ordnung, was hier passiert. Wir müssen hier... Ich sag dich nicht. nicht mehr für uns antritt. Wieder so schlechtes angeblich. Aber es ist wahrscheinlich vollkommen egal, was wir da hinschicken. Was ich auch nie verstehe, ist, dass beim Jorischen Song Contest immer irgendwas, einfach nur weil es aus der Reihe fällt, nur weil es aus der Reihe fällt, eine gute Bewertung kriegt. Ich fand auch das Lied von der Conchita Wurst echt nicht gut. Aber in dem Jahr waren allgemein schwächere Lieder und ich... Ja, trotzdem. Er hat nur gewohnt, weil er was Besonderes ist in dem... an dem Jahr. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es geht ja nicht darum, es geht darum, Kutulita zu bringen. Ich hätte gerade schwirren können, dass er noch ein Pferd absterben kann. Na, vielleicht was auch rein zu dem. Balliste! Bleib mal hier. Bis zum Nahkampf nicht so gut, habe ich festgestellt. Hier wird auch rumzulaufen, das ist besonders schön. Ihr wisst, was ich an euch schätze. Wenn ihr rumsteht und euch abstechen lasst, sind die liebsten Einheiten von mir. Rumstehen und nichts tun. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Schön, dass er gerade auf den Geschöpf hat, dass ich längst tot war. Na, was ist jetzt gelb? Orange würde mich gleich angreifen. Nicht, dass ich Angst habe, aber ich will eigentlich nicht orange zuerst angreifen. Aber wenn's nicht anders geht, werde ich das tun. Halt! Da wollte ich hin. Müssen wir eigentlich nur erst mal das Gebiet räumen. Danach können wir uns für einen Nahkampf entscheiden. Ne, ich mach's erst gelb kaputt. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Meine Lieblingsnahkampfeinheit seit neuesten. Das heißt, wenn ich die Bogenschützen weg hab, hat er hat gelb keine Chance mehr. Euer Gnaden. Außerdem sind die schon billig. Das ist mir die billigste Einheit, die wir ausbilden können, glaube ich. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Und die bringen auch einiges. Euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Ach, vier Monate Vorrat ist eigentlich nicht zu beachten. Richard Löwenherz muss mit weniger in der Wüste klarkommen. Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Dokumentation über Richard Löwenherz. Kommt immer Donnerstag, finde ich echt toll. Euer Gnaden. Wenn's nicht immer solche Kriegsdokus von Adolf Hitler sind, weil die kann ich irgendwie nicht mehr hören. Erster und Zweiter Weltkrieg, ich kann das Thema eigentlich nicht mehr hören, so wirklich. Euer Gnaden. Klar, ich hab Strategie Kommands gespielt und ich werd's wahrscheinlich auch wieder nochmal spielen, irgendwann. Aber... Unsere Schatzkammer leert sich. Dass uns das immer noch vorgehalten wird, finde ich eigentlich eine Unverschämtheit. Das Problem hätten wir nicht, wenn ich einer gewonnen hätte. Ja, ich weiß, das klingt gemein, aber... Das hab ich heute noch so gemacht, ansonsten nix. Ich muss die Wäsche nochmal waschen, weil ich sie einen Tag lang hab in der Waschmaschine gelassen. Dann kriegt die man sonst auch einen Geruch, das ist nicht schön. Hab ich mich ein bisschen geärgert, weil ich hätt's eigentlich den ganzen Tag schon machen können. Ich hab endlich Resident Evil 5 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft. War echt anstrengend. Da hab ich jetzt schon sehr lange dran gesessen und hab sehr viel Nerven gekostet. Rang super. Alle bis auf ein Level, das muss ich nicht mal nachmachen. Wer das Spiel nicht kennt, das ist verdammt schwierig. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Zumindest, wenn ihr mit KI spielt. Mit eurer KI-Hilfe. Die ist nicht so toll. Und ich hab mich auch ganz oft wegen der geärgert. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Da muss was dazu. Bisschen zu weniger. 169. Nee, die sind eigentlich für den Angriff gedacht, nicht für die Krone. Da muss ich mal wieder öffentlich einhalten. Da muss ich mal wieder öffentlich einhalten. Da muss ich noch eine Ampo sitzen. Ich lebe bloß keinen. Okay, wer auch immer mich als nächstes angreift, der kriegt meinen nächsten Angriff zu spüren. Ja, mein Freund. Mit Gott. Das wird meine dritte Einheit. Und jetzt kaufe ich mal Streitkörbenkampfer, weil ich damit rechne, dass es unten rechts der sein wird. 30 Stück. Braucht ihr eigentlich nur, damit sie das hier unten aufgraben. Ja, dann kann ich das einschlagen und den Rest werden meine Nachricht. Ich sag's doch. Ich werde euch töten, euch und eure Männer. Das ist wahre Macht. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Huyoluna Jahiza. Ach so, ach klar, das Orange, als ich sie dann greift. Gehen wir noch ein bisschen auf Tuchfühlung mit den Nachkämpfern. Und die Mechanikampfer, natürlich. Okay, haben wir die Kupferlohn, ist aber egal. Also, die werden so total bombardiert mit Pfeilen. Ich wäre froh, wenn ich so ein Schild hätte, ehrlich gesagt. Das schützt sich wahrscheinlich dann auch nicht, aber die Schilde sind zwar aus Eisen, aber genug, wenn da ein paar Pfeile reinfliegen, dann ist das Schild auch im Eimer. Das waren schon die Fan-Campfer. Eine Nachricht vom Wolf. Könnt ihr mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen? Wir greifen an, hab ich nicht. Ein erträglicher Auffolst. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch mal dort. Ich speichere mal. Oh, er hat aber viele Katapulte. Ich komme wieder. So, mach ich die Katapulte bitte kaputt. Der Angriff geht nach hinten los, glaube ich. Dann haben wir mal was Werkungen. Okay, wir laden das mal und holen sie gleich. Ich finde das so gemein, dass es immer bei denen hinhaut, wenn die irgendwas machen.